Eine Schadenskarte habe ich jetzt, physische Rüstung, ich mach gerade Energierüstung voll und dann geht's ab. So, komm, hier. Komm mit, Bevo. Wofür brauchst du da Hilfe? Ihr seid ja doch schon zu dritt. Ja, ich wollte jetzt, ich weiß nicht, was das hier für Leute sind, ich nehm lieber immer ein paar mehr mit. Er will am liebsten das ganze Team haben. An die Front gemeinsam. So, Kalari, kriegen wir das hier? Tablet nicht genommen, sorry. Kal... 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 Kalari heißt ab jetzt Kalle, Alter. Kalle? Kalle, komm mal zurück. Ich sagte doch letztens so, Kalmera, weißt du? Kalmera, jetzt ist es Kalle. Es ist offiziell bestätigt. Kalle for the win, Leute. Wenn ihr den auch so geil findet, schreibt es einfach mal. Kalle, komm mal ran hier. Auf einen Meter hier, aber sofort. Ja, größer ist er auch nicht. Ich glaube, kein Mera will unseren Linken... Ja, 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 ja. Ne, das ist Murdock. Wo ist kein Mera hin? Schade. Ne, Murdock. Nein! Nein, das war der falsche, du Sackgesicht, Hurenfotze! Du solltest nicht dein... ...ne Viereck, Alter, kill easy. Oh, shit. Habe ich gerade einen Doublekill gemacht? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Moment, Sparrow, komm mal, komm mal hier. Sparrow. Ey, psst! Sparrow. Sparrow. bei mir. Sparrow. Pst. 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 Sparrow. Hey. Hallo. Sparrowy. Äh, Sparrowy. Sparrowy, alter. Sparrowy und Kalle, ey. Was ist hier los? Sparrowy und Kalle, wer kennt sie nicht, alter. Oh mein Gott, ey, was ist hier denn los? Ich bin raus, alter. Sparrowy und Kalle. Die Ultimate, äh, Motherfucking Edition gekauft haben, die auch die Skins für Sparrowy und Kalle, alter. Scheiße. Ah, das war dumm, ich hätte ihn nicht angreifen sollen. Sparrowy und Kalle. Der haut ja raus, ey, ich bin fertig. Oh Mann. Ah, war das geil. Da sehen wir gerade Kalle. Und da ist Sparrowy. Alter, das ist zu viel für mich. Alter, wer kennt sie nicht, äh, Kalle und Sparrowy, die neuen Helden im Paragon. Ach. Sparrow ist so dumm, die will nicht mal den linken Sammler leeren, ey. Mal aufstellen, okay, aber nicht mal leeren, alter, ernsthaft. Da kam der Sniper-Schuss, ey. Habe ich getroffen? Ich glaube nicht. Also sah das jedenfalls nicht so aus. Danke. Freut mich. Mann, so leug. Ich habe mir so eine scheiße Lava, das kann ich mich nicht konzentrieren, ey. Was? Wo labere ich scheiße? Ich brauche auch noch Spitznamen für Murdoch und Greystone. Und keinen mehr. Ach nee, ich habe die ja aus meinem Team, habe ich die ja so genannt. Dann brauche ich noch einen für Murdoch und Rampage. Stimmt. Ich habe mich gerade auf einmal 65 Assists bekommen. Machst du immer so. Alter. Nein, 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 nein. Ich will ihn haben. Fick ihn. Jawohl, da ist es weg, seine Ulti. Die wollte ich ihm ziehen. So, ich muss weg. So, da habe ich eben den auch geholt. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Also Rüstung ist echt verdammt wichtig mit der. Also jetzt kann ich echt schon gut mehr aushalten. Das ist echt schon nice. Gleich kommt noch ein bisschen mehr Damage, dann geht es ordentlich. Alter, was machst du da? Hör mal auf, die Gegner so zu killen. Ja, ich habe doch gesagt, mit dem Murdoch läuft es. Also, ne? Was kannst du nicht machen? Das ist illegal. Ja, okay, tut mir leid. Also, Leute, offiziell, sorry. Ja, hoffe ich auch. Also, ganz ehrlich. Also, ich hatte das vorhin mit Club-Chie so abgesprochen, dass er, ähm, ja, genauso wenig Skill hat wie immer und ich gut spielen muss, damit das Video auch gut wird. Nein, Spaß. Was willst du eigentlich? Ich werde mal zurückgehen in die Base. Ich würde mal höflich sein, du bist zu Gast hier bei meinen Zuschauern auf meinem Kanal, ne? Also, Twins Cube meinte, du sollst verkaufen gehen. Ja, es gibt halt keinen, der das kaufen kann, so viel wie ich an Zuschauern habe und alles. Das kann sich keiner leisten. Ich habe übrigens in deiner Videobeschreibung gelesen, dass man dir Geld überweisen soll, sonst Kraft. Ja, das habe ich schon seit ziemlich Anfang an drin, äh. Ich war kurz im Überlegen, aber die E-Mail wurde bei mir nicht anerkannt. Na, als ob ich da auch eine echte E-Mail reinschreibe, das ist ja einfach nur... Alter, ich habe dich gerade gewissen, ey. Ja, ich face. Achso, ich dachte schon, jetzt glaubst du das. Ja, wahrscheinlich. Wir sind doch die, die uns... Du lachst, ich habe auch solche Leute, ja? Ja, ich weiß. Ich habe solche Leute, die glauben das. Aber wir sind ja die, die sich über solche Leute witzig machen. Das ist es, ja. Ja, vor allen Dingen über die, die ein gewisser Typ mit Ausrastern am Start hat. Auf seinem Kanal. Alter, der nervt mich immer noch, ob ich ihm Autogramm und Selfie besorge. Warum soll ich das machen? Weiß ich auch nicht. Mal gucken, ob ich ihn Kontakt machen kann. Da hat mir das echt so geschrieben, ey. Ich dachte mir nur so, Alter, was willst du von mir? Ah, geil, einfach nur. So, machen wir das mal. Äh, Sean und Mana. So, langsam kann es auch losgehen. Kommst du nicht Kontakt machen? Ich brauche auch Programm und Selfie. Was? Ich komme mal Mitte. Die letzten, wo du meintest, du bist everywhere da, ne? Everywhere da. Ich bin unterwegs. Ich bin everywhere da, Alter. Pass auf. Was? Oh, sorry, muss dich beenden. Ey, Chimera. Ey, ey, Kumpel. Ey, ey, ey. Ey. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir ganz alleine. Ja. Alter. Kalle wollte mir gerade klauen. Du Huren, Kalle. Wie ich ausgerastet wäre, wenn er ihn mir geholt hätte. Ich habe den ganz alleine gemacht. Und er wollte ihn absnacken kommen. Der Huren, Kalle. Ich hätte ihn umgebracht. Nein, Mama. Der ist nicht geisteskrank. Wir spielen ihn. Wir haben Spaß. Der Huren, Kalle. Der Huren, der mit Zwangsweste spielen muss. Ja. Keine Ahnung. Das wissen aber auch echt nur die wenigsten. Deswegen habe ich auch nie eine Facecam. Der Insider-Joke des Jahres. Glutschi ist normal. Was? Das stimmt nicht. Kalle. Ich weiß. Kalle. 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 Okay, er will nicht zurück. Gut, dann stirb du da. Ich bin durch mit der Hürde. Ich bin durch. Anzeige ist raus. Wir sehen uns vor Gericht. Was? Hurenschnitzel-Gericht oder was? So. Und das lief doch gut. Da habe ich mal ganz alleine keinen Mörer geholt. Kann man ja auch mal machen, ne? Das kann man durchaus machen. Also mal ein bisschen den Jungle von den Gegnern leerlutschen. Mach weg das Ding. Jawoll. So. Mal gucken, was noch im rechten Gegner Jungle so los ist. Oh, Whampage hat Rechtsprobleme. Ist mir egal, ich brauche den Jungle. Du bist so sozial, Alter. Hä, das würde er auch mit mir machen ohne Spaß. Genauso wie Gideon gestern. Das heißt, es ist einfach random Logie. Ja, Gideon gestern, das war einfach so. Ich gebe was denn das Morgen angemeldet. Gut. Kann ich daran teilnehmen? Äh, ich weiß nicht. Kriegt man da so einen Behindertenbonus? Weiß ich nicht, bestimmt. Ich will fragen einfach mal noch. Gideon war gestern ja auch der Shit. Wir haben einfach so eine random Runde gespielt. Und dann greife ich gerade jemanden an und er guckt mir einfach zu. Er guckt mir einfach zu. Er macht nichts. Ich weiß, ich war dabei, also er hat einen Gegner verfolgt. Oh, scheiße. Er war erst vor ihm, hat gegen ihn gekämpft. Dann greift Glubschi den an und Gideon geht einfach. Probleme. Probleme. Lauf. Ich bin schon auf dem Weg. Kalari läuft einfach irgendwo hin. Der interessiert sich gar nicht für dich. Kalle. So, ich bin bei dir. Einer muss dir ja helfen. Ja, gut, dass du nichts gemacht hast, aber gut, dass du geholfen hast. Alter, ich habe durch meine Präsenz, durch meine Präsenz, ja. Was für eine Präsenz, ey. Präsenz. Alter, komm, also. Ich stand da mit meinem... Mit deinem... Fraschen Kürbis. Mit deiner Stinkwolke hast du ihn vertrieben, ja. Oh, da sagt er gar nichts mehr. Ich glaube, er hat gesessen. Oh nein, Kalle ist tot. Ich melde dich auf Skype. Ich habe jetzt... Auf Skype, auf Twitter, überall, also... Ich melde dich auf Skype, Alter. Diese Drohung. Ich komme nicht drauf klar. Ich melde dich auf Skype. Das wollte ich so gar nicht sagen. Alter, ich melde dich auf Skype, Junge. Geh Hause. Ich mache dich Kontakt, ey. Oh, herrlich, ey. Ich melde dich auf Skype. Das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Voll die Drohung hier. Ich mache dich fertig. Ich melde dich Skype. Ach, Mensch, Mensch. So. Alles klar. Der kann einpacken. Ich habe es noch gerade gesehen. Ich brauchte nur drei Schuss, also... Oh, scheiße. Nenn mich einfach Damage, was weiß ich. Damage, was weiß ich. Alles klar. Hallo, Damage, was weiß ich. Ja, das ist mein neuer Name. Der Kanal ab jetzt. Damage, was weiß ich. Wenn ihr mich sucht, abonniert mich. Danke. Alter, Damage, was weiß ich. Der macht voll die scheiße Videos. Guck dir das. Boah, Minions rasiert, Junge. Mit der kann man auch echt gut Lines pushen, glaube ich. Also Lines pushen. Lines, nicht Lines. Nein, keine Drogen. Kinder, Hände weg von Drogen. Mit der kann man ordentlich Lines pushen. Das ist mal wieder nur Bullshit-Gelaber hier, ey. Ich check das jetzt erst. Was? Als ob. Er ist wohl vorher nicht angekommen. Irgendwo. Da machst du nichts. Ich habe dir gar nicht zugehört. Was? Warum? Das nehme ich jetzt persönlich. Ich finde übrigens, du machst sehr gute Videos. Fang doch mal mit YouTube an. Ein paar Lines pushen oder was? Ja, ebenso. Das ist das neue YouTube-Vermat. Keine YouTuber pushen, sondern Lines pushen, Alter. What else, ne? Elvis Presley? What Elvis Presley? So, da. Kennst du schon diesen neuen Nationalfeiertag in Österreich? What? Ne, what? What für ein? Halloween. Alter. Alter. Der ist so flach, der passt. Ich habe sofort ausgemacht. Ja, hoffe ich auch. Ey, Kalle. Da trifft man sich im gegnerischen Jungle, ey. Boah, wegrasiert. Easy. Kein Problem. Das könnte sogar ein Sieg werden, Alter. Das ist ein Wunder. Ey, den habe ich auch noch bekommen. Wir nehmen auf und gewinnen. Was ist hier los? Da passt irgendwas nicht. Alter, wir sind die Cheaters. Ulti! Du hast ihn mir nicht gerade wirklich geklaut, oder? Ja, wenn, dann tut es mir jetzt echt leid. Also, es sollte nicht sein. Aber ich wusste nicht, dass du da bist. Ja, kann ich aber auch echt verstehen. Ich wusste selbst nicht mehr, dass ich da bin. So viel wieder los war. Ach, Mann. Ich habe den extra meine Ulti reingehauen und alles. Deswegen war der so schnell weg. Ja. Jetzt verstehe ich das erstmal. Ich mache fast 1000 Schaden mit meiner Ulti, ey. So, da fällt die Mitte. Da fällt die Mitte, ja. Da fällt die Mitte. Alles ist wunderbar. Ja, den kriegen wir. Jawollek. Also, Craystone, gegen den habe ich echt nicht viel Chance, denn ich mache wenig Schaden. Ich muss mal leider kurz in die Base, also ich habe nur noch so ein drittes Leben. Und als Murdoch, weißt du, erhält man sehr viel aus. Ja. Jungs, wollt ihr hier jetzt den Kern machen, oder was habt ihr vor? Nee, 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 nee. Die kommen da wieder, die kommen da wieder. Erst zurück, einmal aufbessern. Und dann können wir gleich die rechte Line pushen. Soll ich noch irgendeinen wegsnipen, oder sind die alle voll? Äh, die sind, glaube ich, alle voll. Da sind auch gerade viele wiedergekommen. Und das schon am Nachmittag. Ja, Mensch. Kein Bier vor vier. Es ist gerade vier geworden, also alles in Ordnung. Es ist zehn nach vier, also... Jetzt kannst du dir, äh, ordentlich reinzimmern. Boah, ich bin kurz vor voll, ey. Nur noch eine Aufbesserung, dann... Also, ich bin auch gleich Hacke. Das hat mal wieder gut gepasst. So, dann machen wir das hier weg. Äh, lol. Ich hab die ganze Zeit das Schutztodeln vergessen, aber egal. Braucht dich nicht. I don't give a fucking damn shit. I don't give a fucking damn shit, ey. Alles klar. Ja, das kann man auch mal sagen. Ich glaube, diesmal hab ich mir sogar zu viel Mana mitgenommen. Er hat zu viel Mana dabei. What? What the shit fucking hell, ey. I have zu viel Mana. My life is vorbei. Er ist voll. No beer for fear. No beer for fear. Alter, ich hab mit meiner Kreisgrad an den Minions 444 Damage gemacht. Stopp, Saul. Erstmal eintrinken. Lieber mal einmal, dann löscht du das Video wieder, wenn du's hochladen willst. Oh, nee. Das hat mich echt hammer geärgert. Vor allem, ich hatte da bei dem Video echt hammer Probleme. Ja, ich kann's verstehen. Ich hatte das, wo ich noch mit PS4 aufgenommen hab. Ne BO3 Runde, meine beste. Ich bin kein guter COD Spieler, aber 41,9 ist für mich gut. Das ist echt gut. Da hab ich, die hab ich gut aufgenommen. Alles schön. Drücke, speichern und die PS4 hat das einfach nicht. Ja. Ja, das sagt Harz. Ich sag dir, diesen Atompilz siehst du heute noch. Den Atompilz siehst du heute noch. Alles klar. Ich war so abgefuckt. Der Tag war für mich vorbei. So, hey, Kalle. Oh, auf einmal kommt hier ein Dinosaurier reingesprungen. So, gleich bin ich voll. So, voll. Alles klar. Einmal zurück, aufbessern. Oder dann können wir durchrasieren hier. So. Ja, also ich hab jetzt 1500 Mal nach. Warum stehst du jetzt im Jungle und guck, wie du weggehst? Keine Ahnung. Das war so schlau. Ich hab jetzt 1500 Mana, so viel brauch ich echt nicht. Auch wenn ich meine Fähigkeiten, haben wir viel benutzt, aber einmal Mana kann ich zumindest noch weg machen, denke ich. Und dann... Ja, mit meiner Ulti mach ich jetzt 1141 Schaden, Alter. Schaden, Alter. Alles klar. Ich rasiere sie alle. Ich rasiere sie alle. Ach ja, sorry. Muss man auch mal machen. Nein, entschuldigt ihr, ich war ja jemanden getötet hat. Ich konntest du nur. Ja, weißt du, es tut mir ja leid. Lügner. Ja, hast auch wieder recht. Wusstest du doch. Nein, Leute. Nein. Achso, dann... Nein, nein, hört auf damit. Aus. Böser Wampage. Lass den Scheiß. Ich komm da nicht hin. Ich hätte ihn gerne geholt. Moment, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Hat der seine Ulti? Weiß ich nicht. Egal, ich hol den Inhibitor. Da, la, 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 la. Das war's mit deinem Inhibitor. Ich habe noch nie Drogen genommen. Darfst du gar nicht nehmen, Alter. so wie ich mit der die minions hier weg rasieren kann wie ich sie genudelt habe hat das irgendjemand gesehen hat das irgendjemand gesehen das war doch mal eine schöne runde würde ich sagen ja sogar mit sieg fast habe ich noch hier die gegnerische countess besiegt ich habe in meiner ulti reingehauen und dann war sie fast tot aber danach bin ich nicht mehr angekommen leider unten in meinem team das hier siehst du das nicht ja das ist so wie man reinkommt so geht man auch raus was hat der gegnerische murdoch gemacht oder der ist level 11 wie kann man nach 43 minuten noch level 11 sein alter wahrscheinlich hat er dir zugehört der hat 24 karten macht was alles klar er hat rasiert auf jeden fall ja wir hoffen es hat euch gefallen wenn ja da würden wir uns natürlich immer sehr über ein like freuen und wenn ihr wollt müsst ihr aber echt nicht tun es lohnt sich auch nicht könnt ihr auch bei den prime buddies mal reinschauen würde ich aber auch echt nicht empfehlen und dann sehen das geht gar nicht mal lieber was direkt level 2 direkt durchkassiert junge ich bin jetzt immer gerade lieben ist